Musik 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 Ja, weshalb Raquel mit verbundenen Augen Fußball spielt und gemeinsam mit Miko musiziert, werdet ihr später in der Sendung sehen. Das Motown-Musical ist wieder back in Berlin, und zwar im Theater am Kurfürstendamm. Das schauen wir uns jetzt an. Motown, die Legende, verwandelt das Theater am Kurfürstendamm nämlich bis Mitte März, Abend für Abend für knapp drei Stunden, in eine Konzertbühne der 60er und 70er Jahre. Das platten Label Motown, um das es in dem Stück geht, hat nämlich Musikgeschichte geschrieben. Die vielen weltbekannten Hits, unter anderem von den Jackson 5, Diana Ross und Stevie Wonder, kennt eigentlich jeder. Das Label produzierte Top-Ten-Hits wie am Fließband. Und da die passende Auswahl für das Musical zu treffen, muss wohl sehr schwer gefallen sein. Raquel schaute hinter die Kulissen von Motown und traf zwei der Darsteller, und zwar Sigi Davis und Wilson D. Michaels. Also ich habe mir die Lieder angehört, man braucht kaum einen Text lernen, weil man kennt die ganzen Lieder. Ja, nein, nein, für mich ist es nicht so schwer, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich bin Amerikanin, Schwarze Amerikanin und in meinem Haus immer mit Mutti und Vati und große Schwester und kleine Brüder Motown gesungen. Nun, deswegen ist dieses Musical auch so beliebt. Man kann fast jedes Lied mitsingen. Und auch Michael zeigt Raquel, dass er eine fantastische Stimme hat, obwohl diese noch aufgewärmt werden musste. Du bist zwar jetzt nicht aufgewärmt, aber könntest du das für mich trellern? Singen? Ja, vielleicht. Bist du jetzt aufgewärmt? Ja. So schnell geht das? Ja, das geht. Wir werden sehen. Oh, I bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue with some of the guys you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know, I heard it through the grapevine. Wow. Oh, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey. Honey, honey. Honey, honey, I know. Honey, honey, I know. Oh, I heard it through the grapevine. Hey, 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 hey. Jetzt ist gerade Pause und nichts wieder zuversom will. Da sehe ich doch meine Schwester. Oh mein Gott, Schreck. Was machst du hier? Ach, Caprice. Bist du mal wieder unterwegs mit TV Berlin? Yeah. Das ist ja super. Okay, wie findest du die Show? Ich fand sie super. Ja? Sehr super. Was fandst du am Ende? Ich fand sie so super, dass ich sagen würde, Papa was a rolling stone. Ich gehe jetzt mal in der Pause wieder zurück. You make me feel like a natural woman. Ach was, das haben sie gar nicht gesungen. Hier, Reggie, komm mal wieder. Genau, Caprice, dieses Lied ausgerechnet nicht. Aber gefühlte hunderte andere Hits. TV Berlin verlust übrigens dreimal zwei Karten für die Motown Show. Und mit ein wenig Glück könnt auch ihr die Lieder dann mittriggern. Wow, die Legenden sind echt zurück in Town. The Motowns. Morgen gehe ich aber zu Miko. Der geht mir eine Wohnzimmer-Session in sein Wohnzimmer. Ich freue mich drauf. Miko! Okay, schön dich zu sehen. Danke für die Einladung. Na, sehr gerne. Der gewöhnliche Berliner Miko fing schon im zarten Alter von 13 Jahren an, mit bekannten Musikern der Szene Jazz zu spielen. Seither lässt ihn die Musik nicht mehr los. Mehr als 20 Jahre später präsentiert er uns sein neues Album, Souvenir of Love. Und die Arbeit mit berühmten Leuten lässt ihn bis heute nicht los. Mit an Bord sind diesmal die Soul-Sängerin Jazzera und der Grammy-Gewinner Gregory Porter. Die Sammlung von Liebesliedern durfte nicht nur Jazz-Fans begeistern. Intime, jazzige Balladen bis hin zu fein geschliffenen R&B-Perlen, elegant jazz-inspirierten Modern-Soul und klubtauglichen Hip-Hop-Jazz spannt sich ein facettenreicher Stimmungsbogen, der Souvenirs of Love vom ersten bis zum letzten Titel spannend macht. Miko, da hast du mir aber ein kuscheliges Eckchen ausgesucht. Danke, in deinem Wohnzimmer sind wir hier. Ja, herzlich willkommen. So, jetzt wollen wir mal was über dich wissen. Du hast dein viertes Album rausgebracht, Souvenirs of Love. Erzähl uns davon. Ja, Souvenirs of Love ist eine Weiterentwicklung von meinen letzten drei CDs. Die erste war mehr Latin Jazz, die zweite war eine ganz ruhige CD, die dritte fing so langsam an mit englischsprachigen Vocals, unter anderem war Gregory Porter dabei, der jetzt schon mehr Grammys gewonnen hat. Und jetzt bei der vierten CD, sozusagen jetzt wirklich der Schwenk, nur noch englischsprachige Vocals, sehr soul-lastig, Funk-Einflüsse. Ich habe jahrelang noch als DJ in dem Bereich gearbeitet und da habe ich jetzt sozusagen mich ausgetobt in dem Bereich. Ich arbeite hinter den Kulissen. Ich bin der Produzent, Komponist, Arrangeur, sozusagen derjenige, der die Fäden in der Hand hat, alles organisiert, die Musiker anleitet, sagt, wie sie zu spielen haben. Ja, und habe halt sozusagen den globalen Blick, wie das am Ende klingt. Jetzt war ich ja bei der Motown-Show und da sieht man ja auch, dass auch die Berliner begeistert sind von der soulige Musik. Was kannst du denn über Motown sagen? Ja, Motown war eins der wichtigsten Label in Detroit. Detroit ist dadurch auch berühmt geworden als Musikstadt. Und wie gesagt, war für mich auch ein Einfluss auf jeden Fall für meine Musik. Warst du auch in Detroit schon mal? Nein, bis jetzt noch nicht. Bisher hat es mich immer nach New York verschlagen oder an die Westküste, wo ich eine sehr gute Freundin habe, die in Detroit wohnt und jedes Mal sagt, geh nicht nach 212, also 212 ist die Vorwahl für New York, komm nach 313. Aber jetzt bist du in 030. Ja, genau. Fast, fast so ähnlich. Dein Album, das liegt hier. Das ist Souvenir of Love. Gell? Und wie kamst du auf den Namen? Hältst du mal fest. Also Souvenirs of Love ist die bisher persönlichste CD, die ich gemacht habe, wo wirklich viel aus meinem Leben einfach verarbeitet worden ist in den Songs. Einen Song habe ich meiner Frau gewidmet, der heißt For You, für dich. Und ein sehr, sehr schöner Song geworden. Also es ist eine sehr, sehr persönliche CD. Für die TV Berlin-Zuschauer haben wir auch was. Ja, wir haben natürlich auch ein Geschenk. Also wir verlosen zwei CDs, natürlich signiert von mir, with love, passend zu Souvenirs of Love. Einfach eine Mail schreiben an gewinnspiel.tvb.de und dann? Mit ein bisschen Glück kriegt ihr dann auch meine CD. Ja, ansonsten in jedem ordentlichen Musikgeschäft. Wer singt denn da? Was ist denn das? Ist das deine Frau oder habt ihr ein Kätzchen? Nein, das ist meine Frau, die sich aufwärmt. Als Sänger hast du immer so Gesangsübungen, um deine Stimme warm zu machen. Du hattest ja schon gesagt, dass du mit ihr performst. Du hast ihr Lied gewidmet. Warum holen wir sie jetzt einfach mal nicht hierher? Ja, natürlich, hast du recht. Ich ruf sie mal. Ruf sie mal. Mi vida, cariño. Wo ist sie? Mi vida. Komm mal her. Na, ihr seid ein tolles Pärchen. Dankeschön. Hi, willkommen. Achso, danke, dass wir in eurem Wohnzimmer sind. Por favor, es un placer. Also ich muss sagen, so zwischen zwei hübschen Dagen fühle ich mich wirklich sehr wohl. Du bist aus Kuba, aber du bist schon länger hier, weil dein Deutsch ist ja so. Ja, naja, geht's. Ich gebe mir Mühe. Ja, seit zwölf Jahren wohne ich hier in Deutschland. Und dein Englisch ist auch okay? Es ist genauso kaputt wie mein Deutsch. Kaputt. Nein, ist super. Also ich bin schon etwas länger hier. Ich sage euch jetzt nicht, wie lange ich hier bin, weil mein Verhaspel ist auch manchmal. Naja. Und ich habe gehört, ihr habt, also ein Lied ist gewidmet und wir bekommen, du hast dich ja gerade aufgewärmt, das ist ja, das machen wir jetzt nicht vor der Kamera. Was hast du denn, was hast du denn gemacht? Ganz kurz. Wie macht man das? Wie macht man das so? Das hilft? Ja, natürlich. Nicht einarmen. Tief einarmen muss ich. So wird das einbrillen. Ganz tief einarmen. Schwächeln. Und losgehen. Dann, dann. Was macht ihr denn jetzt gleich? Du gehst ans Klavier. Genau. Und du singst dann. Ja, also andersrum wäre es nicht so gut, wenn, also sie spielt gut Klavier, aber ich singe nicht so gut. Das würde so ähnlich klingen wie ich jetzt gerade, ne? Mein aufgewärmtes. Ja, dann gehen wir mal ans Klavier. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Und da ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ich habe noch Tränen in den Augen, weil das sind Freudetränen. Das Konzert gerade, das war so schön ergreifend, so toll. Wie kann so ein kleines Persönchen mit einer Frau so eine Stimme haben? Die ist großartig, die ist unglaublich. Als ich das erste Mal sie singen gehört habe, dachte ich auch, wow. Dann habe ich mich auch gleich unsterblich in sie verliebt. Und jetzt sind wir im Musikzimmer angelangt. Was ist das denn für ein gutes Stück, was ich hier sehe? Das ist ein Original, 50er Jahre, Plattenspieler, Deluxe Edition, ein ganz Leder, His Master's Voice. Und auf dem Plattenspieler hörst du Musik, so wie sie damals halt auch geklungen hat. Und was hören wir jetzt? Wir hören jetzt ein Motown-Stück natürlich, aber in einer Remix-Version Marvin Gaye. Oh, Marvin Gaye. Und ich verabschiede mich und sage danke, danke für den Einblick in deinem Wohnzimmer von Miko und Co und Family. Und wünsche alles Gute für die Zukunft und für die Gewinner von TV Berlin. Viel, viel Spaß mit der City. Danke, Rakel. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wollte noch gesagt haben, jetzt geht's in die Pause. Bis gleich. Ich bin ein Brudel. to little ever.